Ich dritte jetzt gleich, dass Sie beide einzelnen Nachnamen die Frage, ob Sie die Ehe miteinander eingehen wollen. Herr David Bayona, wollen Sie in die Berliner Anwesenden von Frau Diara Gerhardt die Ehe eingehen? So antworten Sie sich bitte ja. Ja. Frau Diara Gerhardt, wollen Sie mit dem hier anwesenden Herrn David Bayona die Ehe eingehen? So antworten Sie bitte ja. Nachdem Sie nun beide meine Frage über einstimmend mit ja beantwortet haben, erklärt es Sie nunmehr nach Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Ehe. Das ist für mich und ich. Jetzt kommt ein Aufschritt. Die Regeln sind das Symbol für die Ehe, weil einige beiden anfangen und keine Ehe halten, so wie Ihre gegenseitige Zuneigung um Sie auch kein Ende warten sollten. Als äußeres Zeichen Ihrer Verbundenheit dürfen Sie sich nie in die Regel anstecken. Das ist für mich. Das ist für mich. Sie dürfen sich auch gern bei den Armen. Vielen Dank.